Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo liebe Gamer. Willkommen zur Besprechung von Beverly Hills Cop 4 bzw. Beverly Hills Cop XLF. Der ab dem 3. Juli exklusiv bei Netflix erscheint. Und das Geile ist, wir konnten den Forbes schon sehen. Mit wir meine ich zum einen den Zero. Hallo Zero. Servus. Und der Mann, der aus dem, ich würde sagen, Bel Air der Hanseate kommt. Nämlich aus Flensburg. Hallo Timo. Moin Moin aus Flensburg. Hallo. Ihr Lieben, wir konnten uns den neuen Beverly Hills Cop angucken. Und nicht nur das, wir konnten ihn sogar im Kino gucken. Wir kennen das ja schon im Vorfeld, dass Netflix größere Produktionen auch mal gerne so einen Kino-Run spendiert. Bei Beverly Hills Cop ist das jetzt leider nicht der Fall. Ob das schade ist, das werden wir jetzt mal herausfinden. Zuvor müssen wir mal ein bisschen reden, allgemein über Eddie Murphy und Beverly Hills Cop. Ich möchte es so kurz halten wie möglich, weil wir haben mit Zero einen richtigen Schwartlappen heute in der Runde. Das habt ihr bestimmt gehört beim Bad Boys 4 Podcast. Und wir sind deswegen auch wieder zusammen. Wir wollen es jetzt besser machen. Zero, meine erste Frage an dich. Bitte halt dich kurz. Magst du Eddie Murphy? Für was steht für dich Eddie Murphy? Und glaubst du vielleicht, dass er jetzt so langsam oder sicher nochmal so ein richtig geiles Comeback hinbekommt? Ich fang von hinten an, so wie man es, wie es gehört. Comeback? Ah, glaub ich nicht. Dafür ist er ein bisschen schon zu alt. Also ich glaub, da kommt jetzt nicht mehr der nächste Frühling, kann ich mir nicht vorstellen. Und er macht zwischendurch ja immer noch so ein paar Netflix-Kracher, die halt kein Kracher sind, sondern eher Rockrepierer. Ja, gerade dieser Weihnachtsfilm, den er hatte, war jetzt nicht so der große Reibach. Das war aber Prime, ne? Das war Prime, ja. Streaming-Anbieter-Filme, alles dergleiche schon. Aber ansonsten, wie ich Eddie Murphy finde, ich finde ihn richtig lustig. Also gerade in den ganzen 80er-Filmen, ich gucke mir ihn gerne an. Ich finde ihn sehr, sehr lustig. Früher auch natürlich nur auf Deutsch, dann irgendwann auch auf Englisch. Ich finde, der hat da einen schönen Tempo in seinen Jokes drin. Und jetzt habe ich natürlich die erste Frage vergessen. Ob du Eddie Murphy magst? Ja. Ich habe es nämlich auch wieder vergessen. Nein, ich finde halt, ich habe auch ein paar Stand-Up-Comedy-Sachen von ihm später natürlich nochmal angeguckt auf YouTube. Ich finde den halt wirklich sehr lustig. Und Eddie Murphy geht halt immer. Also gerade seine alten Sachen gucke ich mir immer noch gerne an. Timo, sagst du auch, die alten Sachen sind ganz nett, aber Pluto Nash war schon das Geilste? Oh Gott. Ich habe zu Eddie Murphy eigentlich gar nicht so richtig Verbindung. Ich kenne erschreckend wenig seiner Filme. Das ist mir immer so aufgefallen in der Vorbereitung. Und bei Eddie Murphy lebt natürlich viel von seiner Synchronsprecherstimme. Das muss man ja sagen. Also dieser Randolf Kronenberg, das ist ja also für viele eigentlich der Moment und das wahre Signature, die wahre Signature-Eigenschaft, warum Eddie Murphy so lustig ist. Nämlich, weil er so eine hochgepüßte Stimme hat. Und dann schaltet man mal in den Originalton und findet, ja, also ich muss es auch sagen, ich finde Eddie Murphy auch sehr lustig. Ich bin aber anderer Meinung als der gute Zero. Ich finde gar nicht, dass Eddie Murphy ein Comeback braucht, weil er nämlich so alle paar Jahre immer mal was raushaut, was doch relativ brauchbar ist, was Qualität angeht. Also ich kann mich an Dolomite, das ist mein Name, erinnern. Aber natürlich in der Zwischendurch kommen halt so Graupen wie, ich nehme mich so mit 2000, so Mensch Dave, noch 1000 Worte oder wie der hieß. Die sind natürlich alle gequirlte Kacke, aber ich glaube, das ist Eddie Murphy auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Der ist so ein bisschen wie, es klingt vielleicht despektierlich, aber ist gar nicht so gemeint. Das ist so ein schwarzer Adam Sandler, der hat eine Menge Asche, der hat eine Menge Geld und findet einfach Sachen lustig und vor allen Dingen, glaube ich, sich selber und hat Bock auf Kostümierung und verbricht dann aber auch mal sowas wie Prinz Ostermunder 2. Also das ist dem, glaube ich, völlig schnuppe. Ich glaube, dem ist das eigentlich Lattenhagen. Umso überraschender bin ich, dass nach gefühlt irgendwie 25 Jahren Vorbereitung dann jetzt XLF dann doch noch mal irgendwann über die Kinoleinwände bei den PV'n und natürlich für die Netflix-Nutzer jetzt als quasi so als Netflix-Sommer-Blockbuster kommt. Ja. Was ist denn, wenn ihr so rückblickt, so der eine Film, den ihr mit Eddie Murphy assoziiert, weil ihr ihn besonders gut findet oder weil ihr einfach, ihr denkt an Eddie Murphy und das ist die erste Film, den ihr denkt. Und bei mir ist es tatsächlich der erste, der Prinz Ostermunder. Das wäre so mein Eddie Murphy-Film. Sehr revise mit dir. Ich hatte auch an Prinz Ostermunder leicht gedacht, aber für mich ist der allererste Film, wo ich ihn gesehen hatte, war Die Glücksritter mit den Ackroyd. Und finde ich super lustig. Also kann ich mir Tag und Nacht bestimmt zweimal angucken. Es ist ein richtig schöner Streifen. Hat auch schöne Logik drin, ein bisschen sozialkritisch auch und vor allem richtig lustig. Und das ist das für mich Eddie Murphy. Wie sieht es bei dir aus, Timo? Ich glaube, weil ich wirklich ganz lange nichts von Eddie Murphy gesehen hatte, ist es einerseits Metro, weil ich da, muss ich kurz ausholen, ich bin immer einmal die Woche an meinem Kino vor Ort in meinem kleinen Kaff vorbeigelaufen und wollte gucken, da gab es ja noch kein Internet und auch keine, da war ich noch nicht Cinema-Leser, deswegen bin ich immer vorbeigegangen bei diesen Demnese-Sachen. Und da stand halt wochenlang, monatelang vielleicht sogar dieses Metro-Poster und dachte immer, ah, Eddie Murphy, okay, von dem habe ich mal was gehört. Und dann fiel mir ein, dass ich, und das ist glaube ich meine größte Verbindung, ich finde Boomerang, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den fand ich damals richtig lustig, als ich den mit meinem Bruder gesehen habe. Und das ist so meine Assoziation. Und ich fand Eddie Murphy so als, ich finde, sehr stylisch gekleideten Afroamerikaner, der dennoch, was heißt dennoch, der einfach einen guten Sinn für Humor hat und irgendwie auch verschiedene Facetten bedient. Der hat mal Wortwitz, mal ist der so ein bisschen physisch. Deswegen, das sind so meine beiden Filme, die ich mit Eddie Murphy finde. Brauch mal eine Zwischenfrage. Welchen, wo findet der Eddie Murphy am besten mit? Also in den Beverly Hills Cop-Sachen mit den Jungs? Oder hier 48 Stunden? Und wie hieß der mit Robert De Niro? Showtime. Wobei ich da ehrlich sagen muss, ich habe Showtime damals zwar im Kino geguckt, aber es ist glaube ich kein Film, der jetzt wirklich in die Popkultur eingegangen ist. Da haben 48 Stunden und Beverly Hills Cop dann schon mehr, ich zitiere einen gewissen Miet-Podcaster, Fleisch in den Rippen. Ich, also, ich muss sagen, Eddie Murphy hat in seiner Vita wirklich ein paar Klassiker stehen. Nicht alle davon mag ich, aber dass sie einen Klassiker-Status haben, das lässt sich nicht bestreiten. Der war einfach 80er und Teil der 90er einfach so ein absoluter Mega-Superstar. Ist dann eben eingebrochen mit Pluto-Nation, solchen Sachen und hier nur tausend Worte. Hatte aber halt auch immer so Filme, wo es dann wieder so anfing, wo ich dachte, okay, jetzt kommt das Comeback. Zuletzt halt wirklich bei Don't mind is my name und der hat dann nachher wieder in großen und vielleicht auch erfolgreichen Produktionen mitgespielt, aber die waren halt alle nicht so geil. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Prinz aus Samunda 2, ich habe ihn nicht zu Ende geguckt. Ich habe ihn noch eine Stunde ausgemacht. Das war mir echt zu doof. Und deswegen muss ich mal sagen, war jetzt meine Vorfreude auf den vierten Beverly Hills Cop auch nicht so groß, weil es ist jetzt auch keine Fortsetzung, die sechs Jahre nach Teil 3 entstanden ist, sondern, glaube ich, fast 30 Jahre, oder? Ziemlich genau. Also der dritte ist von 94. Also es ist quasi das 30. Jubiläum und dann bringst du noch mal so ein, ist es ein Legacy-Sequel? Ich würde schon sagen, ja. Also du bringst es halt noch mal raus und machst halt Dinge ähnlich, beziehungsweise fast gleich wie eine andere späte Fortsetzung und komm später dazu, ob das nun gelungen ist oder nicht. Wie steht ihr denn jetzt allgemein zur gesamten Reihe Beverly Hills Cop? Ob ich für meinen Teil, ich habe die als Kind mal gesehen, sie haben keinen großen Eindruck hinterlassen und ich habe mir in der Vorbereitung wirklich die drei Teile am Stück angeguckt. Gibt es auch alle komplett auf Netflix. Und ich war, also ich sage es direkt, ich fand keinen dieser drei Teile jetzt herausragend gut oder herausragend schlecht. Ich war aber schon bei ein paar Sachen überrascht. Die erste Überraschung war, ich guckte mir den ersten Teil an und mir ging die deutsche Synchro echt auf den Senkel, weil sie für mich nicht gepasst hat. Weil der erste Teil, ja schon noch, also er ist komödiantisch, aber er ist auch erstaunlich ernst. Also gerade wenn so zum Beispiel sein Freund da erschossen wird, das ist nicht blutig, aber du merkst schon, ist es halt wirklich eine gewisse Seriosität und eine gewisse Intensität auch spürbar. Und dann hast du halt diese Synchronstimme, das hat für mich null funktioniert. Ich muss sagen, ich habe ihn dann, also ich glaube, 15 Minuten mit Synchro gesehen, ihn dann nochmal neu gestartet und dann in der Original-Sprachfassung. Und da hat er mir erstaunlich gut gefallen. Also ich fand, der war oldschoolig inszeniert zum einen. Also dass zum Beispiel so Szenen auch mal so auslaufen. Dann auch eben, dass diese Action-Sequenz am Anfang, wenn dieser Lastwagen da einfach mal alle Wagen rumschubst und dieser eine Wagen, der berührt irgendwie, einen Laternenfahrten explodiert. Das fand ich echt ganz, ganz nice. Da gab es auch ein paar richtig schöne Bildausschnitte und Schnitte auch oder Montage-Elemente drin. Also ich war wirklich ein bisschen baff. Ich saß hier von Netflix und dachte, wow, das fühlt sich gerade so echt an. Und was mich auch gewundert hat, war, wie er eingeführt wird, diese Exit-Folie. Weil du siehst ihn einfach sitzen so zwischen Kartons. Und das im krassen Gegensatz zum zweiten Teil, wo sie halt wirklich gemerkt haben, okay, wir wissen jetzt, wer Eddie Murphy ist, ist dieser Comedy-Guy, der ist jetzt ein Superstar und Tony Scott inszeniert. Und das merkst du auch. Also alleine wie er in Teil 2 eingeführt ist, ist Tag und Nacht. Und ich muss sagen, ich glaube, mein idealer Beverly Hills Cop-Film wäre Teil 1 inszeniert von Tony Scott. Ich glaube, den hätte ich echt abgefeiert. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe schon ein paar, ja, ein paar Jahres gehört aus Timos Richtung. Und weil ich ja immer nach Bestätigung suche. Timo, was sagst du dazu? Ich kann damit sehr viel mitgehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin bei der Reihe damals eingestiegen mit Teil 3. Wie bei Lethal Weapon, wie auch bei einem anderen Franchise, was ich gerade vergessen habe. Ich habe einfach von hinten nach vorne geguckt. Das heißt, ich habe mit Teil 3 angefangen und fand den jahrelang echt ganz unterhaltsam. Hat sich im Rewatch jetzt eher nicht so gehalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist dann bei zweieinhalb von fünf rausgegangen. Und dann habe ich den ersten schon ein paar Mal gesehen. Immer natürlich in Synchro. Und den zweiten, ich bin mir fast sicher mittlerweile, dass ich ihn fast nie zu Ende geguckt habe. Sondern jetzt zum ersten Mal tatsächlich beendet habe. Und ich muss sagen, ich habe bewusst, weil ich Eddie Murphy noch nie im Original gesehen hatte, mal die Originalfassung angeschaut. Und ich muss echt sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass diese Aufpeppung der Synchro da so ein bisschen was reinspielt und ein bisschen Humor reinbringt, der da gar nicht da ist. Aber Eddie Murphy ist auch im Original halt, ich finde den echt lustig. Ich habe mir im ersten, der ist ja von Martin Brest inszeniert, der zweiten geilen Body-Action da in den 80er Jahren, nämlich Midnight Run, den ich deutlich besser finde. Den hat er auch inszeniert. Und das, was du so als Auskleckern von Szenen da geschildert hast, das hat mich total befremdet. Weil ich dachte so, okay, schneid doch jetzt. Also mach doch fertig. Und dann hast du natürlich noch irgendwie so Momente, wo so Stille ist und dann kommen so Blicke und du denkst, okay, was soll das? Aber gekauft, das ist nicht schlimm. Das, was du schilderst zu diesem Mord an seinem Kumpel, das ist halt echt so, da wird der Kopf angehoben und wird dann auf den Kopf geballert. Das ist schon, finde ich, für Anfang der 80er schon eine sehr explizite Gewalt. Also ohne, dass da jetzt irgendwie Blutspritze oder so. Und als ich jetzt den zweiten, nach meinem Empfinden, allerersten Mal gesehen habe, ich muss es dazu sagen, ich bin ein Sucker für Tony Scott. Es ist einfach fucking Tony Scott, was der immer mit Sonnenstrahlen und Licht macht, da kann Michael Bay halt einpacken. Also da kommt halt in jedem Office, kommt die Sonne durch die Fenster und zwar auf Halogen 3000. Und du hast halt immer das Gefühl, da ist immer so ein Rauchen, da ist immer so ein bisschen, das ist ein bisschen crispy das Bild. Ey, ich fand den zweiten richtig lustig im Vergleich zum ersten. Den ersten fand ich nämlich gar nicht so lustig, sondern eher so als Krimi interessant. Und der zweite, ey, Mann, Jürgen Prochnow, unsere Deutsche, das Bootlegende als Bösewicht, Brigitte Niesen dabei, Taggart und Billy Rosewood als Sidekicks, die echt ihren guten Dienst machen. Das mit dem, mit dem, ich hatte zum Beispiel nämlich, und das ist mir aufgefallen, ich wusste nämlich nicht mehr, Spoiler für den zweiten Teil, ob der Captain in Beverly Hills, ob der stirbt oder nicht. Und der stirbt ja irgendwie anscheinend ja doch nicht. Und das wusste ich nicht mehr. Ja, an Teil 3, ich meine, John Landis ist ein wirklich toller Comedy-Regisseur, Blues Brothers und Kopf über die Nacht sind toll. Aber ich finde, der dritte, der hat jetzt beim Rewatch echt nicht so gut durchgehalten, weil der auch so ein bisschen, du merkst eben halt schon die Budgetkürzung an, weil das Finale oder der Show-Ton ist im Freizeitpark und du denkst dir, sie machen daraus eigentlich gar nichts. Also wirklich, wirklich gar nichts. Und dafür, dass der Film ja eigentlich mal angedacht war als Die Hard im Freizeitpark, es sind so Versatzstücke drin. Und ich muss auch sagen, also der dritte Teil hatte so seine Momente. Und ja, ich weiß, da ist George Stukas im Gastauftritt drin. Cool, cool, cool. Und diese Popcorn-Kanonen, das ist alles nochmal ein bisschen comichafter. Aber ich muss auch sagen, ich war dann schon, also nachdem ich so überrascht war, wie gut mir der erste und der zweite gefallen hat, war ich dann noch viel ein bisschen konsterniert nach der Sichtung des dritten. Wobei ich auch sagen muss, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt jetzt vier Filme und im Grunde erzählt jeder Film die gleiche Story. Es ist immer das Gleiche, Alex Murphy muss nach Beverly Hills, weil ein Kollege, Freund, sonst was, entweder in Gefahr schwebt oder eben verletzt oder getötet worden ist. Das ist auch im vierten Teil nicht anders. Aber Zero, jetzt haben wir dich ja mal wieder ausgeklammert. Wir sind auch solche Deppen und so. Nee, ich habe euch zugehört, um mir meine Waffe zu laden und sie jetzt durchzufeuern. Achso, ich dachte, du hast zugehört, um Notizen zu machen und zu lernen. Genau, genau. Das mache ich immer nur, wenn ich eure Cast anhöre alleine. Sehr schön. Ich sehe das anders sowieso als du, das wusste ich aber vorher schon, weil ich finde, bis auf den dritten, der ist für mich, fällt da ein bisschen ab, die ersten beiden richtig klasse. Den ersten aus dem Grund schon mal, du kommst rein, hast da erst mal komplett Detroit als Stadt, hast da richtig schöne Bilder, wirst in diese Stadt da reingenommen. Das fand ich richtig schön. Und der zweite macht das dann halt mit L.A., also mit Beverly Hills, um es genau zu sein. Finde ich auch richtig gut. Wir kommen ja nachher zum vierten Teil. Da haben wir auch mal so ein paar Szenen. Dann haben wir für mich den Vergleich. Du hast im ersten Teil ganz klar Eddie Murphy als Hauptfigur. Er ist da der alleinige Star. Er zieht das ganze Pferd alleine und macht das dann mit ein paar coolen Szenen und richtig guter Action, natürlich auch. Ist das für mich, das ist ein Kultfilm. Also da geht es nicht drüber. Da bin ich so bei vier von fünf. Also den kann ich mir auch unendlich angucken. Das ist einfach ein Kultstreifen. Und ich mag halt diese Härte, die der da noch richtig hat. Im zweiten... Kannst du kurz ein bisschen füttern, was macht das für dich so kultig? Weil ich muss sagen, ich hatte auch so Kult erwartet jetzt beim dritten oder vierten Mal gucken und irgendwie hat sich dieses Kultige nicht eingestellt bei mir. Der größte Kultfaktor ist natürlich, wer in die Musik ankommt, aus heutiger Sicht. Wenn du die hörst, ist es schon so geil. Das kennt jeder. Noch nicht mal, wer die Filme nicht gesehen hat, der kennt halt den Song, also die Melodie. Dann finde ich noch alleine schon, wie wenn er sich hinstellt, wenn er schießt, ist ja auch eigentlich eine relativ besondere Pose, die es davor auch in der Fassung so nicht gab. Schön breitbeinig und dann so schießen. Das kam ja auch erst mit Eddie Murphy. Und zudem war er natürlich auch, auch nach eigener Aussage, ich glaube jetzt auch ohne richtig nachrecherchiert zu haben, stimmt sogar, der erste schwarze Hauptdarsteller, der auch weltweit so angenommen wurde und auch die Kassen vollgemacht hat als Star des Films und als Held. Und das ist einfach ein Kracher vom Film. Ich finde die Action ist gut inszeniert, da ist keine Action-Szene, die zu viel oder zu wenig ist. Also was ich halt toll finde, die Action ist halt 80er-Jahre-mäßig inszeniert, also es sind bei den ersten drei Teilen. Da wäre heute natürlich noch mehr drin gewesen, aber ich finde das auch ganz angenehm. Ich muss sagen, was mich ein bisschen irritiert ist, es gibt eine Beverly Hills Cop Schießpose. Okay. Der steht immer um sich fortgeschickt, breitbeinig, Arme lang gestreckt und schießt dann so. Okay. Du musst mal gucken, so spannt der immer hin. Also die anderen Kollegen, die nehmen ja die ziehen nicht so. Ist das nicht klassisch im Western auch so, dass die sehr breitbeinig ziehen und schießen? Und ist das nicht eigentlich das, was man so, also ich war jetzt nie auf dem Schießstand, aber ist das nicht so das, was man lernt, man so mit beiden Händen greifen und sehr, sehr standfest sein, weil der Rückschlag ja doch relativ groß ist. Normalerweise macht man spannend. Normalerweise schulterbreit, schulterbreit, aber er steht schon breiter als schulterbreit. Müsste wirklich nochmal gucken, das steht wirklich, Zero ist vom Fach, ich höre das. Ja, ja, ich habe das davor noch nie gehört, wenn ich ehrlich will. Ja, aber gut, was ich aber halt gehört habe und das ist glaube ich ganz klar, Beverly Hills Cop war so sein Durchbruch und der hat ihn ja auch selbst produziert, das ist auch beachtlich, vor allem wenn der damals, der war damals Anfang 20, und man muss aber auch sagen, wenn man sich halt so das Comedy-Material ja seine Stand-Ups mal anguckst aus der damigen Zeit, der war schon auch sehr rau und sehr bissig. Ich finde bei Beverly Hills Cop, ja, der ist auch noch so ein bisschen, hat dieser ein bisschen bissig, aber ich finde schon, das ist deutlich heruntergeschraubt. Ja, wobei der ja gerade im Original noch schon sehr colorful spricht, also muss ich sagen, ich war überrascht, wie viel Facks und Shits und solche Sachen da drin waren. Ja, aber ich meine so von der Gesellschaftskritik, also klar hat das, Beverly Hills Cop hat Gesellschaftskritik drin, alleine weil er hat dieser, die Detroiter halt so nach Beverly Hills Cop kommt, aber ich fand schon, also das soll jetzt wirklich keine große Kritik sein, aber ich finde schon, dass man merkt so den Unterschied zwischen dem Hollywood Eddie Murphy und dem Stand-Up Eddie Murphy. Das stimmt, finde ich auch. Gut, jetzt ist es so, Beverly Hills Cop 3 kam 1994 raus, war wirklich kein großer Erfolg, das war auch so die Zeit, wo Beverly, wo Beverly Murphy, genau, sie heißt Beverly Murphy. Du hast vorhin übrigens auch Axel oder Alex Murphy gesagt, ist das nicht Robocop? Ja, das stimmt. Ja, das wird mir heute auch ganz oft... Mach nichts. Du, solange ich nicht Bani den Dinosaurier nenne, sagst du. Ja, okay. Teil 3, wie gesagt, war kommerziell und bei der Kritik ein Flop, ich finde auch zu Recht und dann war halt echt lange Ruhe, wobei ich mal irgendwie recherchiert habe, der erste, glaube ich, Artikel beim Hollywood Reporter, das über einen vierten Teil nachgedacht wird, ist, glaube ich, von 98. Ja, war ein langer Weg, würde ich sagen und dieser lange Weg ist voll mit Regisseuren, die da irgendwie mal dran gearbeitet haben und ich glaube, die meiste Arbeit reingesteckt hat, war wirklich Brad Redner, der das Ding irgendwie gefühlt 15 Jahre lang an der Backe hatte, aber dank MeToo und diversen Flops ist Brad Redner auch nicht mehr investiert, da hat ja Murphy diesen Ausliftsgangster inszeniert, den ich eigentlich ganz amüsant finde, dann sollte es dieses belgische Regie-Duo machen, das dann halt eben die Bad Boys zu neuen Höhlen geführt hat und ich muss sagen, ja, hätte gepasst, muss jetzt aber auch ehrlichweise sagen, ich glaube, die Wahl, die sie getroffen haben mit Mark Molloy war keine schlechte und ich bin aber auch überrascht, weil es ist ein Regie-Debüt. Der hat vorher nur Werbung gemacht für Apple, also so ein typischer Werbefilmer, aber und ich weiß, normalerweise sagen wir jetzt sowas wie, ja, darum geht's in Beverly Hills Cop 4, aber wie gesagt, er fährt dann nach Beverly Hills, weil er jemand ist, der seine Hilfe braucht, das ist seine Tochter und das war's. Oder wollt ihr denn auch irgendwas ergänzen? Ich wollte meine Ausführungen zu 2 und 3 noch gerne beenden. Ich finde nämlich Bad 2, den finde ich auch noch sehr, sehr stark übrigens, zwar nicht den besten, aber das kommt mir so ein bisschen so vor, da ist die Alleinshow von Eddie Murphy wird zu so einem, er ist ja kein Bodycopter mehr, so ein Trio-Cop-Film, weil du hast ja die beiden, wie vorhin schon erwähnt, die Nebendarsteller jetzt dann mit Taggart und Rosewood, die natürlich auch eine große Rolle von Momoa dann auch mit einnehmen und das bringt dann nochmal eine ganz andere Farbe mit rein. Und beim dritten, der ist halt der ist halt dumm. Also ich finde, da wo er spielt, schön, aber was er macht, ist halt blödsinnig. Er fängt an mit irgendeinem Rache-Plot, dann auf einmal ist der wieder weg, weil es um Korruption geht und ich weiß nicht, ob da einer am Schneidetisch ein bisschen Mist gebaut hat. Nö, das ist sicher aber anders. Aber am Anfang hast du doch dieses Rache-Szenario, worum es eigentlich anfängt. Das ist ja keine Rache. Es ist ja immer so, dass Eddie bzw. Axel Foley läuft oder fährt hoffentlich und fliegt nach Beverly Hills, nach Los Angeles, weil etwas in Beverly Hills passiert ist. Also weil er entweder im zweiten Teil der Captain angeschossen wird und im ersten Teil sein bester Kumpel ermordet wird und die Spur führt nach Beverly Hills. Und deswegen fand ich es im dritten nur irgendwie konsequent, dass der Captain, der ihn da die ganze Zeit anbrüllt und immer anflucht und meckert und irgendwie da und das ist tatsächlich wie ich finde auch eine recht emotionale Szene, die auch Eddie Murphy ganz gut spielen kann und deswegen fand ich es sehr nachvollziehbar. Was halt krass ist bei dieser Reihe ist, dass und deswegen wir plaudern mal aus dem Nähkästchen, wir haben uns gefragt, ob wir einen Spoiler-Part brauchen und eigentlich brauchen wir ihn nicht, weil die Reihe läuft halt immer nach Schema F ab. Es ist kein, es ist irgendwie so eine Art Krimi und es ist Action und es ist Comedy, aber man weiß eigentlich immer mit offenen Karten wird gespielt, weil man weiß eigentlich immer so ist das beim vierten halt auch und beim dritten ist das auch so. Es gibt einen Typi, der diese Geschäfte schmeißt und am Ende kommt, oder nicht am Ende, sondern relativ schnell in Berberlitz kommt raus, ach so, das ist der Typ vom Sicherheitsdienst von diesem Freizeitpark und dann geht es halt nur noch darum, okay, wie wird der jetzt dingfest gemacht oder wie, in der Reihe muss man auch wirklich sagen, wie killt der den jetzt? Also nicht, dass das jetzt irgendwie auf große Rache und irgendwie Meuchelei und Gemetzel ausgerissen, aber es ist halt schon klar und das muss man auch sagen, so in den Anfang der 80er, in der ersten ist ja nun mal, meinen Geburtsjahrgang, 84 glaube ich, das ist halt schon krass, dass er einen Cop halt tötet. Das war jetzt ja auch nicht so, außer jetzt vielleicht French Connection, dass das so zur Regel wurde. Ja. Ja, wer ist der Bösewicht in Beverly Hills Cop 4? Ist es Kevin Bacon oder Joseph Gordon-Levitt, der nette Polizist, mit dem Eddie Murphys Tochter anbandelt? Ich verrat's euch nicht. Ich möchte mit Stefan Raab antworten, man weiß es nicht. Genau. Also, gut, wo war ich dran, bevor Reno seinen totalen untertitel Moloch hat, das nennt er mich auch noch Rino hier. Ja, Ah, es ist spät, es ist heiß, Rino, jetzt sei doch mal still. Es ist heiß, es ist, ja, wirklich, also wirklich, hör auf Andi. So, also, kommen wir mal jetzt wirklich zu unserer Kritik von Beverly Hills Cop 4, der ja nicht Beverly Hills Cop 4, sondern Beverly Hills Cop XLF heißt und der inszeniert worden ist von Marc Molloy, einem Werbeclip Werbeclip oder Werberegisseur, der auch ein paar Preise in dem Bereich gesammelt hat. Ja, und ich, ich möchte ganz klar sagen, ich saß in diesem Kino und ich habe nichts Gutes befürchtet. Ich will's ehrlich sein. Die letzten Eddie Murphy Filme fand ich nicht gut, dass der Embargo hat bis zum Starttag Red Flag Nummer 2. Ich bin nicht der größte Beverly Hills Cop Fan. Ich bin auch kein Fan, so alte Franchise nach gefühlten 800 Jahren wieder zu revitalisieren. Ich habe wirklich, ich meine ich wirklich ernst, ich saß da und dachte, gut, jetzt muss ich da jetzt zwei Stunden durch und gut ist. Und jetzt sage ich es mal frei raus, für mich ist das der beste Teil dabei. Okay. Boom. Mic Drop. Bam. In your face. Jetzt habe ich es gesagt. Es gab wirklich ganz viel, was ich an diesem Film wirklich genossen habe. Wirklich genossen habe. Und das Erste, was ich geil fand und das ist für mich auch so eine Sache, wo ich denke, ihr müsst das ins Kino bringen. Pass auf, der Film hat jetzt keine riesengroßen Panoramen, die nach riesengroßer IMAX-Leinwand schreien. Aber der Film hat so ein richtig geiles Filmkorn. Der Film wirkte für mich wirklich so, als ob sie, als ob Beverly Hills Cop 3 erfolgreich gewesen wäre und dieser Film, den ich mir jetzt angucke, den haben sie 98 gedreht. Der wirkte auch für mich wie ein richtig schöner, oldschooliger 80er oder 90er Jahre Film. Timo, war es bei dir. Ich kann da gar nicht viel ergänzen, weil du in vielen einfach den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Ich mochte auch das Filmkorn. Ich hatte, als das anfing, wirklich, ich hatte vor, ich weiß nicht, war es vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? Ich glaube vor zwei Jahren. Bei Top Gun & Maverick dachte ich in den ersten paar Minuten, dass die mich verarschen wollen und das eine Persiflage ist, weil sie wirklich die gleiche Texteinblendung, die gleiche Musik und bei Beverly Hills Cop XLF, der, warum auch immer, jetzt nicht 4 heißen darf. Ich weiß, Franchises wollen die Nummer verstecken, damit alle den sehen können, aber das ist ja ein Netflix-Film, das heißt, es ist doch eigentlich scheißegal. Egal, gekauft, liebe Netflix-Leute, könnt ihr auch anders machen. Aber der fängt halt auch an, mit dem gleichen Lied, mit den eigentlich gleichen Schnitten auf Detroit und du denkst, ah, okay, sie gehen jetzt diesen Weg und dadurch, dass ich Top Gun & Maverick ja als Einziger in dieser Runde, glaube ich, sehr, sehr gerne mag, dachte ich so, okay, ihr habt mich schon mal halb an Bord, denn ich war auch so, dass ich reingehe und dachte, okay, Embargo, sehr eng, was soll das Ganze? Und so hatte der Film, finde ich, schon zu Anfang so den Ton gesetzt, dass der wirklich was gleich ist und macht in der ersten Szene auch eine überraschend clevere, moderne, wie soll man sagen, kommentiert einen Aspekt und macht das sehr, sehr witzig und gleichzeitig macht er gute Gags und ich muss sagen, ich hab, da sind jetzt wie bei Teil 1 und 3 jetzt keine Mega-Brüller dabei, aber da sind schon der ein oder andere Schenkelklopfer dabei und das fand ich ganz gut. Zero, Filmkorn, Pro oder Contra? Filmkorn, Pro oder Contra? Korn ist immer gut, Korn ist sowieso immer gut, aber ich hab natürlich einen Nachteil im Gegensatz zu euch beiden PV-Dinos, weil mir war es egal, ob da jetzt ein Tag oder am gleichen Tag rauskommt, weil bei mir alle Filme, die für Streaming waren, durften, glaube ich, jetzt eh mal erst am genauen Tag der Erscheinung besprochen, also rauskommen dann die Besprechungen, aber ich hab auch komplette Nostalgie-Schelle gekriegt, wo der anfing, ich war sofort wieder drin, es sah super schön aus und dachte mir auch so, weil kurz vorher kam mir der Bad Boys-Film und dachte mir so, also wenn der im Kino kommt, warum der denn nicht auch so, weil der sieht halt super aus, also da hatte ich keine Probleme mit, also für mich wäre das ein ganz klarer Kinofilm, der hätte auch sein Publikum auf jeden Fall gehabt. Also wie gesagt, ich finde halt, dass Filmkorn auf der Leinwand immer am besten zur Geltung kommt und ich bin mir auch sicher, dass die meisten jetzt sagen, ist ihm noch scheißegal, Filmkorn, was soll das, aber ich finde, das gibt so im Film halt so eine gewisse Haptik, also wirklich, ich bin einfach Fan davon und was ich halt auch schön finde, ja, der Film ist nostalgisch und der suhlt sich auch so ein bisschen in der Nostalgie, ich finde aber, dass das echt gut hinbekommt, auch immer wieder so einen gewissen Twist reinzubekommen. Eine Szene, die ich zum Beispiel herausragend gut finde, ist halt, wir wissen halt, in drei Teilen vorher hat er sich immer in diesem Hotel da eingeschlichen, mit irgendwelchen Rollen, die er gespielt hat, mal war er ein Paparazzi, mal war irgendwie, glaube ich, CIA-Agent oder so, keine Ahnung und jetzt im vierten Teil steht er wieder in diesem Hotel, er hatte eine harte Nacht und einen harten Tag, Verfolgungsjagden, man kennt das so als Beverly Hills Cop und dann steht er da und will so gerade anfangen, diese Rezeptionisten so zuzuleilen und hält er nach so gefühlt zehn Sekunden inne und sagt einfach so, wissen Sie was, geben Sie einfach ins Zimmer und das fand ich so toll, das fand ich so toll, denn, was mir an Beverly Hills Cop 2 halt ein bisschen missfallen hat, ich finde halt, in Beverly Hills Cop 2 ist XLF kein Mensch mehr, der seit in Action hält schon und ich finde, dass sie es hier in Teil 4 gut hinbekommen haben, dass sie, dass ich XLF wieder wirklich so ein bisschen auch als Mensch wahrgenommen habe und nicht nur als sprüchgeklopfende Koppenmaschine, die halt Rache sucht oder ein Gratiszimmer in irgendeinem Schick-Miche-Hotel. Timo, wie sagst du, was sagst du zu meinem unglaublich sexy Monolog? Ich bin, ich würde ein bisschen gucken, weil ich finde sogar in Teil 3 wird durch die Plotarmor dann irgendwann, also da gibt es eine Szene, wo ein Sicherheitstyp mit freier Schussbahn es nicht hinbekommt, auf Axel Foley zu schießen. Später im Film wird er dann angeschossen, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich war erstaunt, wie viele, jetzt nicht super deep, aber ruhige Momente der Film hatte. Du hattest ja schon gesagt, es ist die Tochter, wegen der er nach Beverly Hills kommt und ja, das ist natürlich so ein Trick 17 mit Überlistung, weil, ah, die Figur kennen wir noch gar nicht, die ist in drei Teilen noch gar nicht vorgekommen. Was soll das denn jetzt? Aber das hat für mich erstaunlich gut funktioniert, weil das jetzt auch kein bemühter Komplettgegenentwurf der Tochter ist, sondern die ist irgendwie sehr homogen da eingebettet und die haben eine, wie ich finde, durchaus gut ausgespielte Chemie, die beiden Darsteller und deswegen, ich war, ich war wirklich überraschend schnell an Bord bei diesem Film und ich bin auch, ich bin jetzt nicht ein Sucker für diese Nostalgie-Nummern, weil manchmal ist mir es einfach schon ein bisschen zu drüber und wir waren vielleicht beide oder vielleicht sind wir beide im Gegensatz zu Zero auch da natürlich ein bisschen weniger eigentlich empfänglich, aber umso höher kann man sich vielleicht einschätzen, dass wir den so mochten, weil wir halt nicht diese Nostalgiewelle oder diese Nostalgie-Schiene komplett bedient haben wollten, sondern wir haben uns halt gefragt, was wird das denn und ich war, wie gesagt, erstaunlich schnell an Bord und war wirklich hoch angetan. Und auch eingedenkter Tatsache, dass der Film jetzt in den Trailern, die ich gesehen hatte, irgendwie, für mich wirkte wie so ein relativ austauschbarer Actioner, weil da echt viel Action in den Trailern gezeigt wurde und dann natürlich diese in Anführungsstrichen USP-üblichen Sachen, so diese kleinen Albernheiten oder diese kleinen Albernheiten und ich war da echt sehr, sehr positiv überrascht. Aber da sind wir wieder bei meinem alten Thema Erwartungshaltung, das ist das Ding. Ich muss sagen, ich habe mir den Trailer vorhin nochmal, glaube ich, in allen Sprachen, die ich einigermaßen verstehe, nochmal angeschaut. Sind ja da nicht so viele. Aber warum machst du, warum, was heißt das denn jetzt? Also du machst dann Serbo-Kroatisch oder was machst du dann? Nein, ich habe die mir auf Spanisch angeguckt, nochmal auf Französisch, auf Deutsch und auf Englisch natürlich. Okay, dann eine Landsnachfrage, was hat das mit dir gemacht? Ich wollte nur wissen, wie es wirkt, halt in den anderen Sprachen. Ob der Humor so rüberkommt. Aber was trotzdem bei jedem mal aufgefallen ist, was du auch erwähnt hast, ist halt die Action, die komplett raussticht. Und dadurch hatte ich vorher schon richtig Bock auf den Film. Und mir hat halt im Gegensatz der Spaß in der Vater-Tochter-Beziehung super gefallen, die Jokes untereinander. Aber es hat mir dann auch zu viel Platz dann irgendwie im Film eingenommen. Echt? Da hätte ich lieber gerne, ich hätte gerne vielleicht nochmal ein Action-Set-Piece, nochmal eins mehr. Aber ganz ehrlich, also ich habe ja wirklich die drei Vorgänger wirklich zwei Tage vorher geguckt und die hatten auch nicht mehr Action drin. Ne, also wobei der zweite ist schon, finde ich, was so die Action-Anteile geht, geht schon hoch. Aber ich bin beim ersten bin ich voll bei dir. Ich meine, wenn es da kracht, wie siehe LKW, dann kracht es halt doll. Aber da sind nicht so viele Action-Heile. Das stimmt schon. Und ich fand das jetzt, ich leiste auch ungern so sofortigen Widerspruch. Aber fandst du wirklich, dass diese Vater-Tochter-Beziehung sich über Humor definierte? Ich fand einfach, dass das eine sehr und zwar nicht sehr Effekthaschende, sondern es war einfach eine sehr emotionale, aber nicht zu nostalgisch-Tränen-Drüsen- drückende Verbindung, die da etabliert wurde. Das darf man nicht vergessen. Ich hatte es ja gesagt, das ist eine neue Figur und die muss man erst mal kaufen. Und ich habe die relativ schnell gekauft, seine Tochter. Und ich fand das unterhaltsam. Ich habe da in Anführungsstrichen Sprachstern gehabt, zu sehen, wie sie so eine gewisse Dynamik untereinander haben und dann auch wieder so Sachen, wo du halt merkst, da sind sie über weite Strecken des Films einfach auf wirklich nicht gegensätzlichen Seiten, aber zumindest sind sie sich nicht so ähnlich, wie man das vielleicht dann, also ich glaube, in billigeren FilmemacherInnen-Händen wäre das halt so, ach guck mal, die sind sich doch so ähnlich. Und du merkst, nee, sie sind es eigentlich nicht. Also auch so, was den Fall angeht, dass sie ganz andere Ziele hat als er. Also er will eher was aufdecken, was größere Kreise zieht und sie selber, man muss dazu sagen, sie ist Anwältin, ich glaube sogar Strafverteidigerin und sie sagt halt, das ist mir scheißegal, ich will meinen Mandanten hier raushauen und das fand ich einen coolen Aspekt, muss ich sagen. Finde ich auch. Also für mich war auch Beverly Hills Cop nie eine Action-Reihe. Also Leave a Weapon, das ist für mich eine Action-Reihe, Stopp Langsatz ist für mich eine Action-Reihe, aber bei mir war Beverly Hills Cop immer so als Eddie Murphy-Vehikel mehr so registriert. Also und deswegen, also der Film hat, also der vierte Teil hat, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei, drei Action-Sequenzen, die erste ist auch relativ nah am ersten Teil, die sind auch gut umgesetzt, dann gibt es auch was mit dem Helikopter, wo man auch sagen muss, der Film sieht echt gut aus, aber man merkt schon, dass die eine oder andere Effektaufnahme vielleicht auf einem kleinen Screen ja noch besser wirkt wie auf der großen Neinwand, um es mal diplomatisch auszudrücken, hat mich jetzt auch mal auch nicht so gestört. Ich war halt einfach komplett baff, wie echt der gewirkt hat einfach. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich gucke mir gerade einen 90er-Jahre-Film ein und wie gesagt, Timo und ich sind so ungefähr eine Generation, das hat schon was bei mir ausgelöst und das, obwohl mir die Figur Axel Murphy, äh, Axel Foley meine ich natürlich, komplett egal, also die komplett egal ist, aber ich hätte jetzt die Rückkehr von ihm nicht gebraucht, aber ich hatte wirklich eine Menge Spaß, auch weil er so ein paar Szenen halt drin hat, die ich brüllend komisch fand. Es gibt eine Szene zum Beispiel, wo sie Informationen brauchen und dann, ich sag mal so viel, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so viel über den Film Jupiter Ascending lachen werde, wie hier, ähm, oder aber, wenn er, äh, undercover mit seinen Kollegen da in dieses, ähm, in diese Villa geht und dann, äh, diese Real Estate Agentin da bezürzt, großartige Szene, wirklich komödiantisch on point, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, vielleicht wurde da ein bisschen improvisiert, aber da steht auch viel Drehbuch drin und vor allem, es kleckert halt so aus, ich meine das gar nicht negativ, aber du hattest, ich hab das Gefühl, ja, diese Szene hat jetzt ihr Ende gefunden und dann schneiden wir weg und nicht erst, okay, mittendrin, zack und das hat mir einfach Spaß gemacht, ich hatte wirklich, also ich war wirklich baff, aber ich hatte eine verdammt gute Zeit im Kino und bin echt traurig, dass, ähm, nicht mehr Leute in den Genuss kommen, diesen Film im Kino zu sehen. Ja, ich glaube auch, weil der, nun ist Fall Guy ja in diesem Sommer ja auch eher gefloppt und der hatte für mich so klassische Sommer-Blockbuster-Vibes und ich finde, Beverly Hills Cop, XLF hat die genauso, ich finde das ganz schade, dass der nicht ins Kino kommen wird, weil der halt wirklich mal einen intimeren Plot, es geht nicht um die große Weltverschwörung, es ist nicht das große Ganze im Blick, sondern es ist eine persönliche Geschichte mit persönlichen Stakes und das fand ich echt gut. Zu der Szene, die du sagtest, auch diese Impro, die da mit dabei gewesen sein wird, finde ich zum Beispiel besser als in diesen Will Ferrell, Adam McKay-Sachen teilweise, weil du manchmal da das Gefühl hast, so jetzt ist es auch gut, jetzt reicht es auch und dann geht die Szene noch 30 Sekunden und hier war sie wirklich lustig, trotzdem nicht irgendwie zu schnell, ich bin da, also, Sero, sag mal du, also warst du bei der Comedy gar nicht an Bord oder war die jetzt für dich irgendwie zu sperrig oder zu wenig oder wolltest du ihr Action? Da hast du mich auch wahrscheinlich bei Vater-Tochter-Ding falsch verstanden, ich fand die Comedy zwischen den beiden fand ich ja gut, das ist ja der Punkt, den ich an dieser Beziehung gut fand, diesen Schlagabtausch, den sie miteinander haben und dass sie doch eigentlich, er will ja gern, dass sie gleicher sind oder sie sind ja doch unähnlicher und halt trotzdem ein bisschen gleich, das fand ich alles unterhaltsam und witzig, nur ich hätte nicht so viele Szenen mit den beiden gebraucht, da hätte ich gerne, da vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr Action. Da einmal eingehakt, was hättest du stattdessen sehen wollen? Ist immer schwierig, weil wir jetzt natürlich keine FilmmacherInnen sind und irgendwie Drehbuchautoren, aber was fehlte dir vom anderen? Brauchtest du mehr Action? Brauchtest du mehr Humor? Wie gesagt, ich hab das vorhin schon mal gefragt. Nee, dann hätte ich gerne lieber noch, wie gesagt, ein Action-Set-Piece mehr. Also meinetwegen, dass man dann halt das kürzt, wo er zum Beispiel sie drei, vier Mal anruft, der hätte zweimal gereicht mit dem Telefon. Nach dem ersten Joke, okay, war lustig, ist funny, jetzt haben wir es gerafft, ist lustig. Dann hat er es beim zweiten Mal dran und dann passt es schon. Aber der Joke, entsteht ja erst durch die Wiederholung. Ja, das war mir einer zu viel. Und gleichzeitig finde ich ja gerade, also wie oft hier ein Telefon benutzt wird und du kannst es eigentlich, weil der Film, finde ich, positiv aus der Zeit gefallen scheint, du könntest das immer durch eine Telefonzelle ersetzen und ich glaube, es kommt sogar einmal eine Telefonzelle vor oder zumindest irgendwie ein Knast-Telefon, weil du so denkst, ja, also natürlich ist sowas wie Computer, es wird glaube ich kurz mal was getrackt und so weiter, das ist alles irgendwie so ein Ansatz modern, aber du hast nicht das Gefühl so, warum machen die das jetzt, die können das auch doch mit dem Handy googeln oder so. Also es ist halt irgendwie, ich fand das sehr angenehm und ich bin da halt wirklich konträrer Meinung, weil der Krimi-Plot, der ist ja am Ende wirklich auf dem Bierdeckel, das ist ja nicht viel. Ja. Und insofern musst du den ZuschauerInnen ja was bieten und dafür, finde ich, offerierst du am Anfang eine, wie ich finde, eine moderne Debatte, die du da irgendwie kurz in einer humorvollen Szene einmal anschneidest. Also wenn du das sagst, es ist rassistisch, wenn ich das sage, es ist lustig und so weiter und das ist schon irgendwie ganz geschickt gemacht und im späteren Verlauf immer wieder die, und das fand ich cool, weil du hattest, ich hatte so in den Trailern das Gefühl, dass sie diese Nostalgiepeitsche zu sehr schwingen, dass also Taggart und Rosewood einfach zu sehr im Fokus sind und ich würde jetzt mal behaupten, dass sie typisch eines Legacy-Sequels jetzt nicht unbedingt sich komplett auf den Urcast verlassen, sondern das muss man an dieser Stelle sagen, das ist halt immer noch eine Eddie-Murphy-Show, das ist halt immer noch sein Film, er trägt den, aber er hat mit seiner Tochter eine ebenbürtige Partnerin und das mochte ich. Ich fand das cool, dass sie halt auf Taggart, der jetzt auch im dritten Teil ja gar nicht vorkam, dass sie ihn wieder eingebaut haben, das fand ich gut, aber dass sie jetzt nicht komplett das so in den Fokus gestellt haben, sondern Billy ist halt relativ früh aus der Handlung irgendwie rausgenommen aus Gründen und Taggart ist halt zwei, dreimal da. Mochte ich. Und wie gesagt, ich find's halt so schön, dass Axel Foley wieder so menschlich wirkt. Also das, ich weiß nicht, aber ich kann da einfach mehr investieren. Ich geh dann mehr mit, wenn ich das Gefühl hab, ich guck da einem Menschen zu und keinem Actionhelden und wie gesagt, wenn's halt ein Action-Franchise wäre, aber es war's halt für mich einfach nie, weil dafür da einfach zu wenig Action drin war. Ich bin auch im zweiten Teil, ist mehr für einen Actionfilm zu wenig Action drin. Ähm, und jetzt beim vierten Teil, ich fand den einfach so unglaublich rund. Also in allem. Der hatte natürlich seinen Fehler und man kann auch darüber streiten, ähm, jetzt, wie kreativ es ist, jetzt wirklich schon wieder die gleiche Handlung zu erzählen, wenn man ehrlich ist. Und du siehst Kevin Bacon und du weißt sofort so, ha, 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 okay, du bist also der Böse. Oh, jetzt hab ich gespoldert. Tut mir leid. Ähm, aber es fühlte sich einfach rund an, weil, also, ich mag es einfach, wenn du nostalgisch bist, aber mir auch immer wieder so ein neues Futter auch gibst. Und nach dem Ende von Teil 3 dachte ich mir so, boah, bin ich froh, dass das jetzt aufgehört hat. Nach dem Ende von Teil 4 denk ich mir so, ey, gerne, in drei, vier Jahren, in fünften Teil, gerne, bin ich dabei. Bin ich voll bei dir. Also ich kann auch gar nicht mehr so viel ergänzen. Ich hab so ein, zwei kleine Kritikpunkte, was so jetzt nicht Schauwerte angeht, aber ich muss schon sagen, so ich weiß, der erste, oder du hast es jetzt schon zwei Mal gesagt und ich bin da auch voll bei dir. Es ist halt keine Actionreise, es ist eine Buddy-Comedy mit ein paar Action-Einspringseln. Und ich finde, dass es gibt eine Sequenz, die sehr an eine Mischung aus Teil 1 und 2 erinnert, wo ein Lastwagen oder ein Müllwagen benutzt wird und du denkst manchmal so, es ist halt irgendwie auch wieder aus der Zeit gefallen. Wir haben irgendwie, machen uns seit 15 Jahren über den Skybeam lustig und wir machen irgendwie, wir wollen Effekte sehen und wir wollen irgendwie große Schauwerte und es muss alles bummen und krachen. Und du siehst dann im Endeffekt eigentlich in so einer Verfolgungszeit, wie teilweise Mülltonnen umgefahren werden und du denkst so, also das Große sagt, es ist jetzt doch wirklich nicht schlimm und das Kleine sagt, aber es ist doch geil, dass sie das irgendwie so oldschool inszenieren, als wenn das auch so ein bisschen Impact hat und auch da wieder, ey, ich fand den so schön aus der Zeit gefallen, ohne dieses Nostalgie-Ding komplett auszuspielen. Das ist, da muss man ehrlich sagen, am Ende des Tages eher ein Requel als ein Sequel, also es wird vieles aus den Teilen, inklusive der Musik, die diesmal nicht von Harald Faltermeier bedient wird, sondern von Lorne Balfee, der aber ja ein Schüler aus dieser Hans-Zimmer-Schule ist und die drei haben ja gemeinsam den Top Gun Mavericks Soundtrack gemacht. Das heißt, was ihr da hören werdet, ist halt sehr, sehr gleich und sehr, sehr ähnlich. Und ich hab das dann lustigerweise anders als du gemachtst du. Ich hab erst den XLF geguckt und dann die ersten drei gerewatcht und mir wurde dann erst im Nachhinein bewusst, weil ich im Vierten immer dachte, wie viel Musik ist denn da? Das hört ja nie auf mit Musik. Und es ist halt in allen Filmen fast immer so, dass die fast komplett musikalisch untermalt sind. Und auch da wieder, ich hab das Gefühl, dass die MacherInnen hier verstanden haben, ich mein, Jerry Bruckheimer produziert das ja auch wieder unter dem Banner von Don Simpson, Jerry Bruckheimer, dass die Macher aber verstanden haben, was ist quasi, was macht dieses, ich will gar nicht Franchise sagen, was macht diese Filmreihe aus? Und das find ich gut, dass sie da nicht zu sehr diese, versuchen diese Knöpfe zu drücken. Es gibt zum Beispiel einen leichten Meta-Moment, den ich im ersten Moment ganz lustig fand, im zweiten Moment dachte ich aber, ah, das ist jetzt Marvel und das brauch ich nicht. aber ansonsten Hochachtung vor den MacherInnen, die jetzt mit, auch jetzt mit überschaubarem Budget, find ich einen tollen Kinofilm gemacht haben, der nochmal, wir wiederholen uns, es echt verdient hätte, auf die große Leinwand zu kommen. Definitiv, also ich muss sagen, zum Beispiel so viel Spaß ich mit Glass Onion hatte, der war nicht so sehr Kinofilm wie jetzt Beverly Hills Cop, also so vom Gefühl her einfach und ich hab mich halt wirklich, das war so eine Zeitreise, aber keine Zeitreise, die mich so immer so eingelullt halt, wie, guck mal, wie schön das damals war, ich hatte halt schon das Gefühl, ich sehe hier eine Figur, die halt eben jetzt auch die 30 Jahre irgendwie verbracht hat, ne, das ist jetzt nicht so, dass der XLF dann irgendwie aus dem Gefrierschrank genommen wurde, so kurz in warmes Wasser und jetzt machen wir wieder nach 30 Jahren, nee, ich hatte wirklich das Gefühl, ich sehe eine Figur zu, die jetzt auch 30 Jahre so gelebt hat und auch viel Erfahrung hat und du merkst immer noch, es ist XLF, du merkst auch, dass er älter geworden ist, aber nicht nur irgendwie, dass er sagt, oh, mein Rücken, mein Rücken, sondern irgendwie, du merkst einfach, dass der so eine gewisse Gravitas einfach hat, das hat mir unglaublich gut gefallen und alles, was der Film im Grunde macht, ist halt sehr simpel, es ist ein Abzählreim, ja, von der Geschichte, von den Nebenfiguren, aber es wirkt halt alles trotzdem irgendwie echt, hat eine gewisse Authentizität an sich, ähm, ich finde es auch sehr schön, dass diese Rosewood und Taggart zwar eingesetzt werden, aber du hast sie nicht die ganze Zeit, wie Timo auch schon sagte, vor der Nase, ähm, es ist ein schöner, klassischer, ja, Sommer-Blockbuster, der halt bedeutlicherweise nur bei Netflix läuft, das haben wir jetzt, glaube ich, in den Dreiviertelstunden schon 20 Mal gesagt, wir werden es in den nächsten Moment wahrscheinlich nochmal 20 Mal sagen, weil es immer unglaublich schade ist, ähm, ja, und mehr kann ich eigentlich jetzt auch nicht sagen, außer, ähm, eine Frage, und zwar, ich möchte das jetzt nicht zu sehr, ähm, in, aus, ausbreiten, aber, es gibt ja, eine Szene auf einem Golfplatz, und ich, ohne jetzt mal den Kontext zu liefern, aber glaubt ihr, dass wir hier vielleicht, eine Art, ähm, Fusion bald sehen werden, von Beverly Hills Copp und Happy Gilmore 2? Ich, ich weiß von der Szene erst, seitdem ihr mir die im Vorgespräch genau erklärt habt, ich hätte den Typen nicht erkannt, muss ich ehrlich sagen. Ja, gut. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mir beim Betrachten der Szene die Frage gestellt habe, okay, das ist Shooter McEvon aus Happy Gilmore, aber ist es jetzt der Schauspieler, oder soll es die Figur sein? Und wenn es halt der Schauspieler ist, frage ich mir, frage ich mir, ich bin Berliner, ich frage mir, frage ich mich, was, was ist das jetzt, was soll die Szene da? Und wenn das halt wirklich so ein Verweis ist auf ein, ein Universum, in dem Happy Gilmore und Axel Foley koexistent sind, hm, also das Aufeinandertreffen, Adam Sandler und Eddie Murphy, das würde ich mir anschauen, muss ich ehrlicherweise sagen, also das hätte, das könnte so in die Richtung Bowfinger gehen und da hätte ich Bock drauf. Oh, Bowfinger war so toll. Ich bin gespannt. Das sind alle Stunten. Sind die echt? Ja. Okay, ich habe gesagt, dass wir in den nächsten 15 Minuten noch ein paar Mal, wie erwähnen, wenn das es schadeste, wenn ich im Kino läuft, aber ich weiß nicht, ob wir noch Material für 15 Minuten haben, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir kurz über die, also jetzt haben wir ja schon so oft über seine Tochter gesprochen, aber wir müssen natürlich einmal erzählen, wie die Figur überhaupt heißt und welche Darstellerin dabei ist. Also seine, die heißt Alexan. Natürlich komplett falsch, sie heißt Jane, aber egal und sie wird gespielt von dieser Taylor Page, die ich vorher nicht kannte. Ich weiß nicht, wie ihr da auf dem Dampfer seid, ich fand sie aber, also ich mache jetzt nicht die Lust, ich finde sie einfach sehr attraktiv, das muss ich einerseits sagen und andererseits fand ich, dass sie das echt gut gespielt hat. Also ich finde, du kannst ja so eine, manchmal eher trotzig wirkende Tochterrolle auch so ein bisschen doof spielen oder du kannst unterfordert wirken und ich fand es einfach, ne, das ist jetzt kein Shakespeare und auch kein Oscar-Anwärter, aber diese Chemie, die beide haben, die beruht nicht nur auf dem, wirklich, wie ich auch finde, solide spielenden Axel, jetzt sage ich auch Axel Foley, auf dem solide aufspielenden Eddie Murphy, sondern auch aufgrund seiner, seiner Partnerin. Wie seid ihr da an Bord? Also ich hab Quatsch geredet, ich fand die doof. Ähm, also... Taylor Page. Ja. Muss ich mir nochmal ins Notizbuch schreiben. Also ich muss halt sagen, ich, ähm, ich, die Rolle ist okay, also das ist eine funktionelle Rolle, ich, das ist jetzt keine Oscar-Rolle, ich glaub, da sind wir uns einig, aber sie hat das echt gut gemacht und, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sie halt eben auch, wie du grad eben sagtest, so neben Eddie Murphy bestehen kann, wobei ich da auch glaube, Eddie Murphy gibt ja auch den Raum, also ich, der ist halt in dem Film echt gut, der, der, wenn der wollen würde, könnte der das die ganze Zeit so spielen, dass er die ganze Zeit im Fokus ist, dass er ganz klar der Star ist und ist es auch. Aber ich finde, dass der im Zusammenspiel mit seinen Co-Stars den auch immer wieder so Raum überlässt, sei es jetzt ein Jordan Gossip-Levitt, sei es ein, äh, Josh Reinhardt oder jetzt eben hier diese, äh, Taylor Page, die ich zuvor auch, glaub ich, nicht gesehen habe, die hat, glaub ich, in Ma Rainey's Backbottom eine kleine Rolle gespielt und diesen Magazine Dreams, der jetzt, äh, wegen Jonathan Moor, wie hieß der, Majors, genau, der da die Hauptrolle spielt, halt eben jetzt auch im Limbo gelandet ist. Aber ansonsten kann ich die Frau heute, aber ich gar nicht und ich muss sagen, ähm, ist das eine Rolle, von der ich am Ende des Jahres sagen würde, wow, Alter, wisst ihr noch, die, nee. Aber es ist eine Rolle, wo ich jetzt wirklich sagen muss, das hat die echt gut gemacht und es hat dem Film nicht geschadet, eher im Gegenteil, definitiv, ja. Ich fand's auch schön, da ein frisches Gesicht zu sehen und sie macht einfach alles, alles on point. Sie ist richtig stark in der Rolle. Also, da kein Fehler. Aber ich, ich, ich fand mich gerade, du hast zum ersten Mal, gerade den Namen, den wir gar nicht mehr erwähnt hatten, Joseph Gordon-Levitt, spielt ja auch noch mit und den fand ich auch wieder richtig. Ich fand unterhaltsam. Also, ich kann, ich guck den gerne und gerade als Hewie zu irgendjemand anders, ich finde, ist, ist eine Toprolle für ihn. Wobei, ich es auch schön finde, dass ihm ja auch eine gewisse Qualität auch zugesprochen wird. Also, er ist ja jetzt kein Loserkopp oder so, der macht ja auch wirklich gute, gute Arbeit und das, und das meine ich halt eben, dass es so schön ist, dass Eddie Murphy seine Nebenfiguren auch halt eben atmen lässt, wie so einen guten Wein. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass die untergehen, wenn die mit ihm agieren. Ja, im Gegenteil. Die haben sich so gegenseitig auch ein bisschen beflügelt. Ja, und auch, das ist jetzt von der, von der Geschichte her, dass eben seine, also die Figur von Joseph Gordon-Levitt was mit, mit der, mit der Jane hatte und aber erklärt wird, also, natürlich auch Klischee und kann man jetzt auch sagen, ist jetzt nicht äußerst kreativ, aber es macht durchaus Sinn im gesamten Kontext, dass sie halt irgendwann beschlossen hat, nee, also wir können nicht weiter daten, weil du bist ein Cop. Also, es ist schon sinnvoll. Also, nicht nur aufgrund ihrer Fähigkeit, ihrer Funktion als Anwältin, da kann das ja durchaus mal zur Befangenheit oder zur sonstigen Konstellation kommen, sondern einfach auch nach dem Motto, nö, also, mein Vater ist ein Cop, ich hab mit meinem Vater kein gutes Verhältnis, ich mach das nicht, läuft nicht. Gut, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt, weil ansonsten würde ich jetzt ganz non-chan-not zum Fazit übergleiten. Nein, ich will nur noch zwischenschieben, ihr könnt euch schon mal freuen, denn sie schreiben gerade an einem fünften Teil, hat Eddie Murphy in einem Interview rausgehauen. Ja, und auch Schreck 5, hat er auch gesagt, kommt nächstes Jahr vermutlich schon. Ich meine, ganz ehrlich, nach, hier, Don't You Might Is My Name, den ich hier ganz fantastisch finde, der wirklich ganz fantastisch, für mich einer der besten Eddie Murphy Filme, da hatte man ja, also ich zumindest das Gefühl, okay, er kommt zurück und dann hat er echt nur, also, Enttäuschung und echt richtig schlechte Scheiße abgeliefert. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht schreien von wegen, ja, Beverly Hills Cop 4 ist Eddie Murphy, komm zurück, komm back, weil, ne, weiß es nicht, aber er schafft es anscheinend immer alle paar Jahre dann doch wirklich einen richtig guten Film abzuliefern und ja, für mich ist Beverly Hills Cop 4 dieser und wisst ihr was, das war auch schon mein Fazit, für mich eine klare Empfehlung, guckt euch den an, ich würde jetzt sagen, geht ins Kino, aber ihr werdet es nicht glauben, gibt es nicht im Kino, den gibt es nur ab 3. Juli bei Netflix. Ja, ich weiß, ich bin genauso enttäuscht wie du, Timo, aber gegen die Enttäuschung gibt es ein Mittel, nämlich das Fazit vom Zero. Mein Fazit, das fällt besser aus, als es sich, glaube ich, zwischendurch angehört hat. Mir hat der Film richtig viel Spaß gemacht, die Action ist cool, die Sprüche sind cool, der ganze Cast ist gut, da fällt keiner großartig ab. Ich hatte auch im Kino super Spaß, ich werde mir den auf jeden Fall am dritten auch nochmal auf einem kleineren Bildschirm geben und außer, dass er halt predictable ist, es ist fuck, aber es ist halt ein Beverly Hills Cop 4 Film, das hatten wir ja schon besprochen, ist das auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung, wenn man sich den anguckt, hat man auf jeden Fall ein schönes Ende 80s, Anfang 90s Gefühl, ist ein schöner Action-Comedy. Ja, es ist spannend, dass die Zeitenwende jetzt öfter in verschiedenen Kanälen und aus verschiedenen Kontexten propagiert wird und wir haben hier echt die Zeitenwende in Sachen Filmbusiness, denn früher waren Sommer-Blockbuster fürs Kino, jetzt haben wir anscheinend Sommer-Blockbuster, die für Streaming-Dienste gemacht werden und Beverly Hills Cop XLF ist genau der Sommer-Blockbuster, den Netflix sich ausgesucht hat und Chapeau, sie haben es gut ausgesucht. Ich finde auch, das ist ein sehr homogener Film, da wurde vieles richtig gemacht, ich will dir nicht schon wieder widersprechen, aber für mich ist Beverly Hills Cop auch gar nicht so sehr die Sprüche, sondern es ist eher so die Situations-Comic, davon hat er, finde ich, gar nicht so viel, aber ausreichend, er hat, wie ich finde, eine gute eigene Identität, verneigt sich jetzt nicht immer groß und glorreich vor seinen Vorgängern und Reminiscenzen, aber ist ansonsten wirklich ein durch und durch guter Film. Ich glaube halt, man merkt so ein bisschen, dass Eddie Murphy halt auch mit, ich glaube, 63 nicht mehr so die ganz großen geilen Drehbücher bekommt und wie das so häufig ist, Grüße an Sylvester Stallone an dieser Stelle, manchmal hilft es halt, eine alte Marke wieder rauszukramen und ich muss sagen, hier hat es echt gut funktioniert. Chapeau, ich würde mir von den Machern mehr angucken und Jay Bruckheimer hat irgendwie wieder, um das noch abschließend zu sagen, so ein bisschen Witterung aufgenommen und ein bisschen wieder den Markt verstanden, das war irgendwie so ein paar Jahre, ihm zumindest gefühlt abhanden gekommen, jetzt hat er wieder ganz gute Produktionen am Start. Ich glaube auch, dass so ein Rückkehr oder Reboot von Bote Rebeck immer wahrscheinlicher wird. Ich frage mich aber, was macht, kommt irgendwann Ben Affleck zurück in Armageddon 2? Wer weiß? Möglich, wer weiß? Mal schauen. Ist, glaube ich, einer von wenigen Schauspielern, die sich nicht mit Michael Bates erstritten haben, also könnte was werden. Ja, das stimmt. Aber, ja, ich bin immer noch, also wie gesagt, für mich, ich freue mich wirklich sehr, dass der so gut geworden ist, weil, wie gesagt, die Wächsen haben damit gerechnet, dass der so gut wird. Und natürlich ist jetzt schon klar, dass, sobald ihr bei Netflix droppt, der garantiert auch von einigen niedergeschrieben wird, aber so läuft das Leben, das ist hart und unfair. Und hey, ganz ehrlich, das habe ich noch mal, das würde ich noch mal erwähnen, ist es schon krass, wenn du guckst, wie schlecht die letzten Netflix-Filme waren, also die letzten exclusive Filme, hier Trigger Warning, Lift, Atlas, die waren halt alle furchtbar und deswegen, glaube ich, ist es schon vertretbar, dass wir nicht so große Hoffnungen hatten auf den vierten Teil. Ja, und irgendwie ist es doch krass, dass dann immer doch auch ein alter Haudegen als Produzent irgendwie noch so ein bisschen seine Finger im Spiel haben muss, ne? Also, diese berühmt-berüchtigte kreative Freiheit, die die Netflix oder die Netflix den Filmemacher genehmigt, man sieht halt, wozu die einerseits führt und ich meine es zumindest, wir werden gerade ein bisschen ab vom Thema, aber man kann das ja ruhig mal anschneiden, ich glaube, dass der Trunk-Regisseur da auch mal gesagt hat, naja, es gab halt schon auch so gewisse Vorgaben, also mit kreativer Freiheit ist dann auch irgendwie, auch die hat Grenzen auch bei einem Global Player wie Netflix und das glaube ich auch. Aber wie gesagt, sie kaufen manchmal gut ein, manchmal kaufen sie schlecht ein, manchmal produzieren sie schlecht, selbst, hier haben sie wenig, ich finde ich, auf jeden Fall einen Treffer gelandet. Ja. Seien mal gegönnt. Es gibt noch zwei Sachen, die ich nur ansprechen könnte, die hätte ich zwar ansprechen sollen vor unserem Fazit, aber was soll es kommen? Das eine ist, wahre Geschichte, wir standen vor dem Kino und wir haben halt uns gefragt, wie lange geht der Film eigentlich? Und ich hatte im Vorfeld irgendwo gelesen, zweieinhalb Stunden. Und ich habe es nicht angezweifelt bei Netflix. Und war dann noch schon positiver gestimmt, als er rauskam, es sind nur 150 Minuten. Und es ist eine gute Länge, finde ich. Es ist eine gute Länge. Ja. Muss ich aussagen. Und das andere ist, der Film wurde ja geschrieben von den Leuten, die die letzten zwei Bad Boys Filme geschrieben haben, was man merkt, aber auch von den Autoren von Massive Talent. und ich finde, man merkt so ein bisschen, also dieses, dieses nicht, also die, sie durchdringen die vierte Wand nicht komplett, aber es gibt schon hier und da so Momente, wo ich dachte, ja, man spielt auch so ein bisschen mit dem Franchise und auch mit den Erwartungen. Es gibt so einen Moment, den hatte ich vorhin mal angerissen, wo es so ein Meta-Ding gibt und ich weiß, ich finde es nicht ein Spoiler, deswegen können wir das jetzt nach dem Fazit auch machen. Vielleicht haben diejenigen schon abgeschaltet und haben jetzt Netflix eingeschaltet und gucken den Film und können dann nachher noch ein bisschen zu Ende hören. Da habe ich mich gefragt, also es hat mich an irgendeinen anderen Film erinnert, einer sitzt natürlich an Terminator, wo es auch heißt, hier 1984 haben wir das aufgenommen, der Typ ist jetzt wieder da und da gibt es halt so eine Szene, ich weiß gar nicht, wie das gesettet ist, irgendwie am Computer und dann sind so, ah, sie waren ja schon dreimal hier, also einmal 84, einmal 87 und dann 94 und 94 war aber, so nach dem Motto, da war es mit ihnen nicht ganz so gut. Also ich kann das nicht mehr so richtig wiedergeben, aber es war so quasi, der Wink mit dem Zaunfall, ja, der dritte Teil ist halt schon eher so der schlechteste der Reihe und da dachte ich so, ist eigentlich ganz lustig, aber irgendwie ist das so ein bisschen in diese Marvel-Meta-Ebene rein, die brauche ich eigentlich bei Beverly Hills Cop nicht, aber egal. Okay, wisst ihr was, wir machen jetzt noch eine Sache zum Schluss, ja, weil dieser Podcast hat eh schon keine Struktur, aber die Sache machen wir jetzt noch, ich möchte, dass ihr mir jetzt euer Ranking gebt der Beverly Hills Cop finden. Vom Besten zum Schlechtesten. Von 1 zu 4, okay. Genau. Achso, vom Besten zu 4. Ja gut, okay. Also ich fange mal an, dann könnt ihr noch ein bisschen überlegen. Bei mir ist es so, Teil 4, dann knapp Teil 2, dann Teil 1 und dann mit ganz weitem Abstand der dritte. Okay, ja, okay, dann mache ich los. Bei mir bleibt trotzdem der erste auf 1, dann kommt der zweite, aber komplett punktgleich mit dem vierten und dann, ja, Schlusslicht ist John Landis mit dem dritten Teil. Teil 4, Teil, nee, andersrum, Entschuldigung, Teil 2, Teil 4, Teil 1, Teil 3. Also ich finde den zweiten wirklich am besten. Den ersten, bin ich jetzt bei 3 von 5 rausgegangen, fand ich jetzt okay, aber es ist jetzt wirklich spannend, dass das so ein Mega-Hit war, der auf jeden Fall dann zwei weitere Fortsetzungen erst mal nach sich zog und jetzt so ein Legacy-Sequel. Ja, und den dritten, ey, ich gebe ja viel dazu, ich habe mich auch in der Presseverführung mit einem Kollegen unterhalten und der guckte mich halt auch sehr fragender als ich sagte, ich finde den dritten eigentlich ganz cool und ich bin mit dem angefangen und er guckte mich an, du findest den dritten gut? Ich so, ja, und jetzt muss ich halt sagen, ja, ist ja okay, er hatte ja wie immer recht. Sorry. Wir reden jetzt endgültig durch, wir haben es geschafft, wir haben das Fazit geschafft, wir haben über Aldi Möffel geredet, über die Reihe an sich und hatten eine gute Zeit, ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine gute Zeit, wenn nicht, könnt ihr uns das gerne mitteilen, wo überall dauert, wo es Podcasts und Likes gibt, denn auch überall dort gibt es den Tele-Stammtisch oder direkt auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de Außerdem sind wir seit längerer Zeit schon auch auf diesem neumondischen Ding, das heißt Discord, da haben wir einen richtig geilen, ich wollte schon jetzt sagen Security-Server, nein, Community-Server haben wir, tele-Stammtisch.de slash Discord, da findet ihr uns und ansonsten, bleibt mir nur übrig zu sagen, nein, ich bin heute durch, ihr merkt es schon, sorry, ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, dann sagt der Timo Tschüss und dem Zero der alten Seegurke gebührt das letzte Wort, Tschüss. Ja, ich lasse Zero den Yo Baby, Yo Baby Gag und sage, jetzt werde ich ja gezwungen, aber ich sage Yo Baby, Yo Baby, Yo. Nein, du sollst Tschüss sagen. Achso, Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.